Servus zusammen, mein Name ist Sigi Eichhorn und heute Nacht oder heute Abend möchte ich den Sprungturm in Utting fotografieren. Der liegt hier direkt am Ufer, das ist ein richtig schöner alter Holzturm. Und jetzt geht auch gerade der Mond hinter dem Sprungturm auf. Das ist jetzt erstmal das Foto, was ich unbedingt aufnehmen muss. Wow, der ist ja richtig schön voll, der Mond. Und dann machen wir noch eine schöne Nachtfotografie von dem Turm. Den werde ich beleuchten. Oh nein, jetzt fährt ein Boot durch, das wird nichts mit der Langzeitbelichtung. Oh nein, ich muss mich beeilen. Das gibt es ja gar nicht. Boot, jetzt kommen die Enten. Meine Herausforderung ist hierbei, nicht nur den Sprungturm zu fotografieren, sondern den schönen Wasser spiegeln zu lassen. Und das funktioniert nur, wenn es absolut windstill ist. Mir ist das einmal gelungen, da war ich wirklich aus Zufall hier, aber hatte keine Kamera irgendwie dabei, um das für euch zu dokumentieren. Das Foto kann ich euch mal zeigen. Und jetzt versuche ich, dieses Foto nachzustellen. Bestenfalls genauso, nur noch mit dem Mond. Und zwar habe ich jetzt schon gesehen, der Mond ist gerade links aufgegangen, der ist gerade hinter einer Wolke versteckt. Aber wenn ich Glück habe, zeigt sich der Mond in 20 Minuten. Und ich weiß das jetzt auch, dass der Mond da hinten aufgeht, weil ich die Fotopilz hier habe. Und wenn ich in der Fotopilz auf die Einstellung Mond gehe, ich nehme das mal kurz auf für euch. Also man öffnet einfach nur Fotopilz und dann geht man hier auf Mond. Dann zeigt er mir das Datum an. Heute ist der 8. Dezember. Und hier gehe ich unten auf den mittleren Button AR. Dann sehe ich die Flugbahn, wollte ich jetzt schon sagen, die Flugbahn vom Mond. Und hier sieht man, dass der so zwischen 17, 30, 18 Uhr hinter dem Schwungturm gut zu sehen ist. Oder rechts neben dem Schwungturm. Wenn keine Wolken da sind. Und das wäre natürlich schon ein Topshot. Der Daniel, mein Fotokollege, hat diese kleinen LED-Lampen. Hier. Die hat er jetzt auf dem Geländer des Schwungturms positioniert, damit er noch mehr hermacht. Sieht ja schon fast aus wie ein Leuchtturm. Die Teile, die sind sehr, sehr billig. Die gibt es im Riesenpack auf Amazon zu kaufen. Ich verlinke ich mal im Video, wenn ihr auch Interesse an den Dingern habt. Und das Schöne ist, wenn man hier das Blatt rauszieht, gehen diese Lampen an. Das ist einfach so ein Papierstreifen, der die Stromversorgung hier zwischen den beiden Batterien unterbricht. Also die kann man mehrmals verwenden, nicht nur für eine Fotoaktion. Gut, die Lampen sind aufgebaut. Jetzt warten wir immer noch, dass der Mond neben dem Schwungturm sichtbar ist. Und ich hoffe halt ganz sehr, dass wir ein ganz kleines Wolkenloch haben, um dieses Foto zu machen. Weil der Mond, der Bild hat halt auch so einen schönen Lichtstreifen auf dem Wasser. Das darf man nicht unterschätzen. Das peppt so ein Bild unheimlich auf. Die Finger frieren mir auch langsam ab. Das ist gar nicht so easy im Winter, gute Bilder zu machen. Vor allem in der Dunkelheit. So, jetzt mache ich mich mal ans erste Mondfoto, beziehungsweise Sprungturm-Mondfoto. Echt schön, weil ich jetzt diesen Lichtstrahl da super gut auf dem Wasser sehe. Jetzt habe ich anfangs erst mal 25 Sekunden Belichtungszeit gewählt. Eine Viererblende. Ich bin auch leicht unterbelichtet. Aber viel länger kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht belichten, weil sonst bildet der Stern, der auch zu sehen ist, eine Strichspur. Schauen wir, wie das Bild kommt. Aber er ist schon grandios. Sehr gut. Und ich sehe, dass meine Kamera hier mit dem Autofokus auch immer wieder spinnt. Ich schalte jetzt mal hier auf den manuellen Fokus um. Das macht für mich hier mehr Sinn, damit der Sprungturm auch echt scharf bleibt. Und ich sehe, dass meine Kamera hier mit der Sprungturm auch echt scharf bleibt. Und ich sehe, dass meine Kamera hier mit der Sprungturm auch echt scharf bleibt. Und ich sehe, dass meine Kamera hier mit der Sprungturm auch echt scharf bleibt. Und ich sehe, dass meine Kamera hier mit der Sprungturm auch echt scharf bleibt. Also es ist ganz schön tricky, so ein Bild zu machen. Weil wenn du jetzt richtig belichtest, das heißt, die Belichtungswaage steht hier auf Plus Minus Null, dann überstrahlt der Mond hier die komplette Szenerie. Und das ist auch wieder nicht schön. Und wenn man jetzt unterbelichtet, dann ist diese Hütte sehr, sehr dunkel und der Sprungturm, weiß ich nicht, ob der richtig gut wirkt. Aber ich mache es echt lieber so, dass ich unterbelichte und halte das Ganze dann in Lightroom auf, weil ich sowieso im RAW-Format fotografiere. Ich fotografiere auch im automatischen Maisabgleich, weil die Lichtstimmung, die setze ich mir nachher in Lightroom dann, dass es echt passt. Wobei die Kamera schon immer ganz richtig eigentlich liegt, aber so habe ich die Möglichkeit in der Nachbearbeitung zu perfektionieren. Okay, nächster Move wird jetzt sein, ich laufe mit dieser LED-Lampe jetzt den Turm hoch. So sieht die aus. Ich habe ca. 25 Sekunden Zeit. Und ich stelle die jetzt mal auf 3300 Kelvin. Das ist ein schön warmes Licht. Kerzenlicht, möchte ich fast sagen. Und ich stelle mich jetzt unten am Turm auf. Wer die Lampe so nach oben halten, ruft dem Daniel zu, jetzt abfeuern. Und dann habe ich 25 Sekunden mit dem Licht einmal hochzulaufen. Und dann sollte der Sprungturm gut angeleuchtet werden. Und oben werde ich mich dann flach auf den Boden legen und die Lampe sofort ausmachen, dass es nicht zu hell oben wird. Das testen wir jetzt mal. Du bist bereit? 3, 2, 1, drückst du bei mir auch mal drauf? 3, 2, 3, 2, 1, drückst du bei mir auch mal drauf? Ist gar nicht so easy. Also das Foto, was ich am Anfang nochmal nachstellen wollte, das ist mir heute nicht geglückt. Weil an dem Tag, als ich das Foto gemacht hatte, war es ja komplett windstill und wir hatten Neumond. Also es war wirklich stockdunkel. Hier hat mir der Mond jetzt zwar für ein schönes Mondfoto reingespielt, allerdings um diesen Turm irgendwie indirekt zu beleuchten, das hat nicht richtig gut geklappt. Weil es einfach zu hell war, bedingt durch den Mond. Aber ein, zwei gute Fotos sind trotzdem rausgekommen. Und ich hoffe auch, dass sie euch gefallen. Ich sage jetzt bye bye. Ciao, euer Sigi. Heute war ich wieder am Ammersee. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020